Jedes zweite erfolgreiche und aufstehende Unternehmen setzt im Marketing bereits auf das Medium Film. YouTube ist die zweitwichtigste Suchmaschine im Netz und gehört zum Google-Konzern. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, an dieser Stelle nicht zu sagen. Mit einem Imagefilm präsentieren Sie sich, Ihre Firma und Ihre Produkte immer im besten Licht. Manche Firmenfilme erreichen mehrere hunderttausend Zuschauer. Nachweislich gibt es Online-Shops, die haben in kurzer Zeit bis zu 50% mehr Umsatz nach der Veröffentlichung ihrer Filme. Das Erfolgsmedium Nummer 1 ist der Film. Und das Beste daran ist, Sie können Ihren Film jetzt auch in allen Printmedien veröffentlichen. Wie das? Ganz einfach. Mit einem QR-Code. Sie kennen diese kleinen viereckigen Codes. Sie schalten zum Beispiel eine Anzeige in der Zeitung oder legen der Zeitung Beilagen bei, wie Prospect oder Flyer. Dort drucken Sie einfach den QR-Code mit ab, bei dem Ihr Film hinterlegt ist. Das heißt, jeder Smartphone-Besitzer oder Tablett-PC-Besitzer wird durch diese kleinen QR-Codes meistens neugierig, scannt die und sieht direkt Ihren Film. Der Einsatz und die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Ob bei Printmedien wie Visitenkarten, Briefköpfe, Formautos können Sie bekleben mit solchen QR-Codes, dass ihr selbst auf der Straße, werden die Dinger gescannt vom Auto ab und die Leute sehen ihre Videos. Natürlich auch die herkömmliche Werbung, wie im Internet, auf Ihrer Homepage, auf Videoportalen, als E-Mail-Anhang, In-Store-TV. Die Möglichkeiten sind Wahnsinn. Wollen Sie wissen, wie Sie ganz einfach Kunden binden, Neukunden gewinnen und mehr Umsatz generieren? Okay, das verrate ich Ihnen bei einem persönlichen Gespräch. Rufen Sie mich gleich an. Ich freue mich. Ich freue mich.